Hallo Gamer Freunde und Ladies! Herzlich Willkommen zurück zu Part 3 von Mankind Divided aus der Welt Doys Axe. Ja, ich wechsle ab und zu mal zu Deus Axe und Doys Axe. Mir gefällt beides gut. Ja, wir sind jetzt hier zuletzt stehen geblieben und müssen jetzt hier diesen Bereich hacken. Das sieht schon ziemlich cool aus. Erinnert mich an Watch Dogs. Was müssen wir denn hier machen? Sicherheitsstufe 1, Level 1, Verstärkungsentdeckung 30, Halt, Wurm, Dartscan, Übertakten, Enthüllen, Stealth, Übernehmen, Verstärken, Stealth, alles Level 1. 90, 30. Ich weiß gar nicht, wo man hier losmachen muss. Drücken Sie Arm, Knoten zu übernehmen. Achso, verstärken. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Äh, 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 äh? Was für ein Ding? Sie haben wir... Ja, wie denn? Was, was? Oh Gott. Das war ja wieder klar. Das kommt bestimmt mit Alarm, oder? Na, dann probieren wir's nochmal. Oder? Hm. Kein Problem, wir sind noch in der Lernphase. Nein, nein. Achso, jetzt ist das ausgeschalten, aber... Achso, jetzt ist das ausgeschalten. Kurz drücken bloß. Kurz drücken bloß. Okay, also wie man jetzt den verstärken... Komm schon, komm schon. Registry-Gehack-Gerät wurde freigeschalten. Okay, cool. 5000 XP. Script Kitty. Okay, endlich geht's weiter. Oh, was ist das? Deckungstutorial. Tutorial-Modus, Möglichkeit der Schleichung. Folgen Sie den grünen Hologrammen, um Tutorial-Anweisungen zu verschiedenen Spielmechaniken zu erhalten. Sie können ohne Konsequenzen experimentieren, sowie jederzeit zurücksetzen und beenden. Möglichkeiten der Deckung lernen Sie, wenn man in Deckung geht, die Deckung wechselt und die Ecke spät Deckungen überspringt und aus der Deckung in die Eco-Perspektive wechselt. Ja, das nehmen wir jetzt mal mit. Wie gesagt, das ist mein erstes Dois-Ex, darum nehme ich das mal mit. Wie gesagt, das ist mein erstes Dois-Ex, darum nehme ich das mal mit. Äh, ja. Halt doch mal still. Alles gesessen. Okay. Ich verstehe gerade nicht, wie ich hier drücken soll. Gehen Sie zum grünen Hologramm und drücken Sie F. Ich bin doch jetzt hier. Warum macht der nix? Was ist hier los? Ich bin doch hier drin jetzt. Ich bin doch hier drin jetzt. Gehen Sie zum grünen Hologramm und drücken Sie, um in Deckung zu gehen. Geht doch gar nicht. Geht doch gar nicht. Oh, jetzt ging es plötzlich. Okay. Okay. Okay, okay. Drücken Sie mit R auf das grünen Hologramm und Deckung. Ja. Ja. Ah, okay. 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 Verlassen. Gut, das ging ja. Jetzt probieren wir es mal in echt. Das war jetzt ganz hilfreich. Trooper-Bomb, herzige Seele und so weiter. Was ist das? Schmerzmittel? So. Das ist ein Gin, okay. Was hat denn der hier? Pistolen-Munition? Okay. Wir ziehen den mal hier hinter. So. Und ablegen. So, wenn der den jetzt nämlich gesehen hätte, dann... jetzt nehme ich ein paar gegeben hier. So, was hast du von der Bewaffnung? Pistole. So. 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 jetzt kommt er nochmal her. tonight. Das ist mal auf dieses seventeen. Okay. So, der geht grad weg, das passt mir gut, hahaha. So, komm mit, komm mit. Oh, man sieht richtig am Hinterkopf den Betäubungspfeil, den ich geschossen hab. Äh, die Steuerung. Komm schon, komm schon, komm schon. So, schön ablegen. Maschinenpistole, Munition. Okay. Der schläft. Atrium Penthouses, okay. Ja, das gibt's eben in Battlefield 1 nicht. So ein Scan. Das wär schon hilfreich. Trooper bomb, herzige Seele, Schaufschütze. 10, 20, 10. Okay. Ist hier noch irgendwas interessantes? Aufzug. Okay. Der ist grün. Pistole. Pistole. Pistole und Munition. Und den ziehen wir gleich mal hier hoch. Und in die Ecke und weglegen. So, haben wir hier noch was? Bierkasten. Das ist nicht schlecht. So, stell ich gleich mal hier hin. Oder so. Der ist tot, okay. Zwei Body Beer. Ich sag ja, zu viel Bier. Und das war's, mein Freund. So, das nehmen wir mal mit. Vielleicht können wir da irgendjemanden betäuben. Tür öffnen, gesperrt. Ähm. Ja, gucken wir mal. Wieder hacken. Okay. Oh Gott, das geht aber schnell. Zugriff verweigert. Zugriff verweigert. Okay. Ja. Dann folgt der nächste Part ab hier. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.